Okay, ich werd' jetzt nochmal nachladen und, äh, schieß doch einfach schon mal rauf. Das dauert nicht. Nee, das bringt nichts. Ich glaube, das bringt nichts. Klack doch mal nach. Ja, ich auch. Also ein Magazin verbraucht, Alter. Ey, geil! Jetzt muss ich doch unbedingt nachladen. Er hat gebrannt. Mhm, hab ich gesehen. Ich hab links, äh, drauf gefassen. Okay, nehm' ich jetzt als Target. Also da, wo eigentlich auch die Öffnung ist. Ja. Ja. Ja.